Also, ich bin auf dem Stand, es gibt einen legendären Montana Black Nudel Auflauf. So, den gucke ich mir jetzt mal an, als gelernter Koch. Also erwartet auch nicht, dass ich ihn jetzt irgendwie shitstorme oder so, ne? Also ich werde jetzt hier nicht sitzen und irgendwie sagen, oh, der verwendet hier Tütensuppe oder Tütensauce, ne? Katastrophe oder so. Jedem das seine. Jeder soll essen, was ihm schmeckt. Ich gebe es offen zu. Ich bin ein Riesenfan von diesen Fertigsocentüten. Spaghetti Bolognese. Esse ich für mein Leben gern. Esse ich fast schon lieber als eine frisch gemachte Spaghetti Bolognese. Aber man kann alles frisch zubereiten. Und ich glaube, das wäre eine coole Sache, einfach zu sagen, man guckt sich mal an, wie das Fertiggericht ist, wie das zubereitet wird. Und dann versucht man, so eine frisch zubereitet Edition zu machen, ja? Ich würde jetzt einfach spontan sagen, wenn ich das auf YouTube hochlade, sollen die Leute mal in die Kommentare schreiben, ob ich einfach mal so einen Nudel auflaufe, ob ich so eine frische Edition machen soll davon. Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Ja, heute ist es endlich soweit. Ich zeige euch... Aber man sieht schon, da sind schon viele frische Zutaten, ne? Das ist ja gar nicht so, dass das jetzt irgendwie so eine komplette Fertiggeschichte ist, sondern ich sehe hier schon frische Champignons. Da hat er sich schön frische rote Zwiebeln geholt. Sehr, sehr geil. Rote Zwiebeln mag ich über alles. Schmecken eigentlich genauso fast wie weiße Zwiebeln, aber ich weiß nicht. Ich finde, die roten haben einfach mehr Style. Bin ich der Einzige, der das so sieht? Ich finde, rote Zwiebeln, die haben übelst Style. Die machst du in ein Gericht rein und dann sieht das Gericht einfach schon hochwertiger aus. Keine Ahnung, wieso. Ich finde es einfach so. So, und dann sehe ich hier auf jeden Fall... Ich glaube, das hier könnte Paprika sein, rote. Und hier hat er auf jeden Fall jede Menge Mais am Start. Hier scheint ein Creme Frech zu stehen. Hier sind die Spirelli-Nudeln. Mal abwarten. Wie ich meinen Nudelauflauf mache. Der eine oder andere macht jetzt die Sitzwelle mit der Vergeltung, aber Nachfrage war wirklich da. Hm? Finde ich jetzt nicht. Wer es gerne isst? Der eine oder andere Aktive weiß ja, dass Nudelauflauf mein absolutes Lieblingsgerät ist. Geil. Ich esse auch sau gerne für mein... Also für mein Leben gern Nudeln. Sieht man mir aber auch an. Ich zeige euch heute mal, ja, wie ich das Ganze zubereite. Und, ja, Kochvideos habe ich noch nie gemacht. Ja, und ich würde einfach mal sagen, ich zeige mal die Zutaten. So, Freunde, das ist das Paket. Okay, da sieht man es schon. Ja, Fossil, Creme Frech, ja. Da sind Paprika, Mais. Hier ist Kleingeld. Bisschen Edamer am Start. Okay, das wäre jetzt nicht so mein Fall. Ich muss sagen, Käse bin ich ganz speziell. Da mag ich eigentlich fast nur Gouda. Das würde ich mit Gouda austauschen. Mozzarella, geil, Alter, strong. Und dann Ofen Spirelli à la Mama. Das ist... Ey, das kann nur lecker werden. Ich sag's nur, wie es ist. Leute, ihr werdet jetzt denken, ey, was labert der G-Time da? Der ist gelernter Koch. Warum sagt der, das ist lecker, ne? Aber, ey, Freunde, hört mir zu. Bevor ihr jetzt anfangt rumzuflame, ja? Wenn ihr jetzt sagt, ey, ne, dann probiert mal. Mein Tipp, Ofen Macaroni à la Mama. Das ist sau lecker. Das geht in eine ähnliche Richtung. Das ist ein bisschen weniger mit Gemüse, ne? Das ist ein bisschen so mehr für stämmige Leute wie mich, ja? Aber das schmeckt sehr lecker. Ich koche jetzt so, als wenn ich für sechs Mann koche. Also, ich möchte den Nudelauflauf dann noch die nächsten... Ja, kann man die nächsten Tage noch essen. Geil. ...Tage essen, Mengenangaben etc. Müsst ihr dann selber kalkulieren. Und ja, wir fangen mal an hier. Das ist die Fix-Tüte. Es gibt zwei Varianten. Auch noch eine mit Schmand und Tomatenmark. Aber das ist die etwas leichtere hier. Schmand und Tomatenmark. Okay, alles klar, ja. Von Ofenspirelli, das ist, äh, beziehungsweise von Maggi Ofenspirelli. Mit Oregano verfeinert. Spirelli à la Mama. Davon habe ich jetzt zwei Packungen geholt. Ihr könnt, wie gesagt, aber auch eine Packung holen. Dann haben wir jetzt zwei Packungen Käse, Edama, Creme Fraiche. Scheiße, ich habe den falschen Creme Fraiche geholt. Naja, egal. Macht nichts. Normalerweise ohne frische Kräuter, ist klar. Dann haben wir hier einmal die Nudeln. Das sind hier 500 Gramm. Dann haben wir noch Mozzarella. Frischen Mais, geschnittene Paprika, rote Zwiebeln und frische Champignons. Krass, schon, Alter. Alles vorgeschnitten schon. Das sind alles Sachen hier, die normalerweise laut diesem Paket hier nicht da rein sollen. Auch Käse, müsst ihr euch mal vorstellen. Ich haue hier 400 Gramm Käse rein. Und die schlagen mir hier 50 Gramm Käse. Hier nochmal 50, also 100 Gramm. Ja, und... Finde ich saugeil. Das bereiten wir jetzt hier mal alles vor. Was ich noch vergessen habe, Hack, ohne Hack geht beim Nudelauflauf nichts. Den werde ich jetzt ganz knusprig anraben. Okay, ich hoffe aber zum... Ich hoffe, er nimmt nur Rinderhack. Ich weiß nicht. Ich sag's ganz offen, Leute. Ich bin gar kein Fan von Schweinehack oder Halb und Halb. Hass ich wie die Pest. Schweinehack finde ich sauwiderlich. Eine Sache noch zum Thema Nudeln, laut Verpackungsangaben... Auch wenn ich aussehe wie ein Schwein. Dann soll man die Nudeln ungekocht einfach dazugeben. Mach ich nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich Probleme hatte, dass die Nudeln dann zum Teil noch hart waren. Ein, zwei Minuten im warmen Wasser, dass sie ganz leicht aufweichen. Man darf sie auch nicht zu lange drinnen halten, weil dann werden sie matschig. Aber die Nudeln ganz kurz im warmes Wasser geben, mach ich persönlich immer so. Also das Hack sieht für mich eher so aus, als wenn das gerade so ein bisschen am Köcheln ist. Dann nehmen wir die Sachen dazu. Das schütten wir da einfach mit rein. Oh yeah, Digga. Glaub mir, das ist absolut todesköstig. Ich hätte es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr angebraten. Das ist ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Röstaromen entwickelt. Ist ja alles Geschmack, der hinzukommt. Zwiebeln, da werden auch nicht gegeizt. Ich persönlich stehe auf rote Zwiebeln. Und jetzt, ich hätte fast die Münzen da genommen. So, und jetzt auf Champions. Easies. Na, rein mit mir. Und? Warte. Finde ich geil. Einfach den Pilz reingezogen. Das wird so lecker sein. So, wenn das Gemüse gut durch ist, kommt dann noch ein Liter Wasser rein, weil ich zwei Packungen habe. Pro Packung ein halber Liter. Das habe ich jetzt gemacht mit einer Flasche Wasser, weil ich keinen Maßbäcker hier habe. Scheiß drauf, wer braucht das auch. Ja, und dann ist es ganz schön. Ey, ich finde es so geil, wie der kocht, ne? Ich finde das so geil. Ich kann mir auch vorstellen, wie sich einige Leute übelst darüber aufregen. Wenn ich schon sehe, wie die Leute manchmal Mainstreams sich aufregen, wenn ich irgendwelche Kochstreams gemacht habe. Kann ich mir vorstellen, wie sich manche da richtig aufregen deswegen. Ganz einfach. Dann packt ihr einfach die Tüten, die in dem wir dann den Geschmack ergeben. Haut ihr hier mit rein. Zack. Easy. So, zwei Stück. Let's go. Und dann einfach mit dem Schnee-Guesen. Champignons raus, dann perfekt. Ja, Pilze sind sau strong. So, so sieht das Ganze dann aus. Schön einmal blubbern lassen, das ganze Zeug. Gut durchgrünen, damit sich keine Klumpen setzen, ist klar. Und Mozzarella habe ich jetzt auch schon geschnitten. Der ist nämlich auch noch wichtig. Der kommt als erste Käseschicht. Der schmeckt sehr köstlich. Nudeln habe ich auch schon abgeschüttet. Und ich würde jetzt sagen, jetzt geht es ans Eingemachte. Wir geben mal ein Stückchen Käse. Der weiß auf jeden Fall, was jetzt los ist. Aber unsere Hunde waren da auch nicht anders. Die waren so nervig. Wenn du irgendwas gemacht hast. Du gehst in die Küche, machst dir ein Brötchen, holst die Wurst aus dem Kühlschrank. Da standen die schon an der Tür und haben geguckt. Da wussten die direkt wieder, ja, ich versuche jetzt einfach hier meinen Dackelblick aufzusetzen. Dann kriege ich vielleicht auch eine Scheibe ab. Da hat sich das Warten gelohnt. So, wir fangen dann an, Nudeln reinzumachen. Ui, die sind aber heiß, aber mit einer Hand fehlen. Oh, das wird auch noch richtig schön geschichtet, abwechselnd. Alles klar. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, ihr kippt die Nudeln einfach rein. Soße drauf, bisschen Käse drüber. Dann in Mozzarella verteilen. Aber, da werde ich jetzt eines Besseren belehrt. Was ich immer ganz gerne mache, ist Käse schon oben rauf. Aber nicht zu viel. Digga, das ist so bodenlos mit dem ganzen Käse. Ich feiere das so sehr. So, so ein bisschen Käse rein. Das zieht immer gut Fäden schon. Das mag ich persönlich ganz gerne, muss aber niemand machen. Und jetzt, das Allerwichtigste, die Soße. Oh, ja, das wird köstlich. Das Ganze drücken wir dann gleich nochmal richtig platt, damit wir auch schön dicke Schichten haben. Die Auflaufforme ist auch nicht im Übrigen die größte. Das heißt, ich werde jetzt gar nicht alles reinbekommen. Den Rest werde ich mir aber in den Kühlschrank tun. Und einfach nochmal morgen oder übermorgen nochmal den Nudelauflauf anmachen. So, rein damit. Oh, das sieht aber kasselig. Das ist die erste Schicht. Die drücken wir jetzt schön platt. So, oh, da passt aber nicht mehr viel rein. Aber eine Schicht Nudeln geht auf jeden Fall noch. Und dann wieder Soße rüber. So. Also die Nudeln haben wir fast alle verbraucht. 500 Gramm waren das, wie gesagt. So, und jetzt nochmal wieder schön Soße. Jawohl. So, jetzt haben wir wieder Soße. Das Ganze drücken wir nochmal platt. Und jetzt kommt das Wichtige. Ihr nehmt als allererstes den Mozzarella und legt einfach ein paar Schichten. Zack. Und jetzt schmilzt ja sowieso alles. Und nochmal schön Käse. Geil. ...weil, weil sie draufkommt. Mal gut, zwei Packungen werde ich hier. Doch, zwei Packungen müssen eigentlich drin sein. So, und den verteilt ihr jetzt schön gut. Meine Auflaufforme ist deutlich zu klein. Aber egal. Ich mache so viel, wie geht. So, ich stehe auf. Überbacken den Scheiß. Und dementsprechend geiz ich auch nicht mit dem Käse. Ja, Moin. Alles runtergefallen. Oh, guck. Auli. Oh, nein. Ich will Ihnen nicht zu viel geben. So, das reicht aber. So. Ja, und so sieht dann ungefähr der Nudelauflauf aus. Ja, Moin. Wieder was runtergefallen. Das hat sich der Hund direkt geschnappt. Das Ganze kann man jetzt wieder nochmal... Da kennen die keine Gnade. Wenn dir was runterfällt, ist Game Over. Da kannst du deinen Hund so gut, wie du willst, erzogen haben. Wenn dir was runterfällt, vergisst der Hund sämtliche Kommandos, die du ihm gegeben hast. Wenn irgendetwas von deiner Küchenzeile, egal was es ist, sobald es etwas Essbares ist, runterfällt, vergisst der Hund jegliche Bindung, die er zu dir aufgebaut hat. Da interessiert den gar nichts mehr. Das wird gefressen. Und das Ganze kommt dann jetzt in den Ofen. So, und der muss jetzt ungefähr, Pi mal Daumen, würde ich sagen, 35... Dann ist der Hund aber schlecht erzogen. Du kannst keinen Hund da erziehen, Diggi. Das ist jedem Hund egal. Die ziehen durch. 30 Minuten, 30 bis 35 Minuten definitiv bei vorgeheiztem Ofen, damit er auch richtig schön schnusprig braun wird. Und wir sehen uns, wenn er fertig ist. So, Freunde, ungefähr 40 Minuten später. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Oh, da sehe ich, glaube ich, auch noch ein bisschen Gewürzketchup obendrauf, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, das ist ein richtiges Schlachtfeld. Holy shit, Junge. Ich nehme immer noch Ketchup, in dem Fall nur Produktbeziehungen, nämlich heller Gewürzketchup. Der schmeckt mir persönlich am besten. Jetzt würde mich mal ernsthaft interessieren. Ich weiß nicht, hat der solche Kommentare gelöscht oder sind die noch drinne? Ich meine, gut, das werden natürlich viele Leute feiern, aber da wird es noch safe Leute geben, die sich übertrieben aufregen über solche Kochkünste. Wobei, ich fühle sowas. Ich habe es auch richtig gefeiert, wie Trimax seine Erbsen zubereitet hat, als wir an der Lahn da waren. Wie der einfach den Topf auf die Platte gestellt hat und hat die eiskalten Erbsen alle in den Topf reingemacht. Und der Topf hat einfach unten Eis gebildet und er hat den nicht warm bekommen. Nee, bis jetzt habe ich da aber leider nichts gefunden. Das würde mich echt mal interessieren. Aber ey, den können wir wirklich mal überlegen, ob wir den in Frisch zubereiten. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall auch eine Option.